Unsere Arbeitszeiten sind von 8 bis 17 Uhr. Von 12 bis 13 Uhr haben wir eine Stunde Mittagspause und dazwischen hast du kleine 5 Minuten Pausen zur Verfügung. In meiner Position bin ich der glücklichen Lage, dass ich eine flexible Arbeitsgestaltung habe. Das wird dann immer mit dem jeweiligen Vorgesetzten abgestimmt. Ich selbst bin in einem Großraumbüro, das ist wiederum in Funktionsbereiche unterteilt und jede Abteilung hat unterschiedliche Anforderungen, Ansprüche, auf die auch eingegangen wird. Wir versuchen, die Atmosphäre wirklich freundlich zu machen und das Büro wirklich cozy und komfortabel für uns. Unser Dresscode ist business casual, heißt einfach nicht mit Jogginghosen oder zerflederten Sachen oder dreckigen Sachen kommen, einfach schön und gepflegt anziehen. The benefits in Quenberger are additional medical insurance and also cards that we can entertain different sports activities. Bei Quenberger gibt es einige Benefits, zum Beispiel Rabatte bei einige von unseren Kunden. Es gibt auch Vergünstigungen bei umliegenden Fitnessstudios und was ich persönlich auch gerne nutze, ist das firmeninterne Gesundheitsprogramm Q-Active. Da geht es um die Themen Ernährung, Bewegung und auch Entspannung.